Einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich Euch und zwar auf dem Abbahnhof, ich bin auf dem Rückkehr auf Dürrfahrt, fahrt euch im Lagen und zwar nämlich die Infahrt haben wir nicht mit meinem Zug gewahrt, sagen wir haben mit dem Fahrrad durchs Boot gefahren. Aufwärts einfühlen sich gerade eine Bahnsteigleinigung und hier auf dem Gleis. So wird anscheinend ein Fotostudium gemacht, das könnt Ihr jetzt nicht sehen, das sind Klamotten, mit der Abstände. Erfüllte Spärchen, da ist übrige Wasserflaschen und einfach nur die Fotostudium oder ein Film B braucht. Jedenfalls professionell, damit hört. Hier warten wir noch die F5, welche Hochschreiben. Und kommt 15, 15, 15, 15, 15, 15, Es gibt ja nichts sonst noch, heute waren wir den ganzen Klettertisch ein. Ich habe ein bisschen reingekommen, für nicht so weiter. Gut, gut. Okay. Vielen Dank.